So, Willkommen zu der Techno-Mainza, Coffee Cup richtig ausgesprochen, würde ich sagen, nehmen wir hier gleich mal los, neues Spiel, erstmal auf Fleisch. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hier ist eine source von Konflikten, Struggle und Todes. Seit dem Turmöil, haben wir nicht enden Kriegen. Wir kämpfen über die Possession von cleanem Wasser. Wir sind die Vergangenen Kinder von Erde, in diesem roten, barren Wasteland. Hier, Hell ist kein Konzept. Das ist unsere Realität. Und die Realität ist, dass jeder Kumpel klappt. Dann waren wir die Unfortunates. Cauchten in der vollen Kraft der Sonne, die die Sonne zu verformen, mutieren, ins Unrecognizable Monster. Die anderen. Die anderen. Diejenigen, die sich so ähnlich zu unseren Ancestern, in Leidenschaft, sitzen unter massives, metallischen Schellen, gereden von Wasser Corporations. Aber in den Slums, die Menschen nicht mehr wert sind, als die Mutanten. Dann würde ich wissen, das ist wo ich die ersten 10 Jahre meiner Leben unter der Flüte der Vori. Natürlich, in Despair, da gibt es Hoffnung. Einige haben begonnen zu exploren, travel mit ihnen, von Corporation zu Corporation, von Corporation zu Corporation, leaving ihre Loyalte behind. Wir haben Organisation, Struktur, und innevitably, Politik. Wir haben Rulern, eine Assemble der Menschen, und weit entfernt von uns, der Dowser, der Inaccessible Face der Abundanz. und letztendlich, die Elite-Protektoren der Menschen, der Spear-Header der Armee, meine Brüder und Schäuze, die alle die selben besonderen Gäste, wir, unsere Techno-Panzers. Äh, warum... Ach, wie auf den Namen kommt der, Alter. Äh, du bist mir zu schwarz, du... Äh, ne... Puh... Haare... Äh, sieht ganz stylisch aus. Mh... 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 Na komm, lass mal den so. Talente. Dosen ruchen wir noch nicht. Doch. Wissenschaftsstufe 1. Okay. Geht noch nicht, okay. Und der geht natürlich auch noch nicht. Stärke, Gewandtheit, Kraft, Ausdauern. Na komm, lass mal. Besteht hier. Oh, 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 Schade, dass keine deutsche Vertriebe ist. Sehr schade. Sehr gut, ich werde dich nicht mehr interessieren. Oh, aber wenn ich mich interessieren kann, nur ein Moment. Ich habe vor kurzem gewonnen, Materialien zu verbessern. Das kann man Ihre Art. Es ist nicht viel, aber ich dachte, dass du es magst. Es kann noch nicht... Es kann noch nicht sein, dass du dich in Ordnung bist. Ja, ich auch. Danke, Scott. Das bedeutet viel. Ah. Ich glaube, dass wir nicht haben. Ich habe ihn mit einem Schaden. Ich habe ihn mit einem Schaden. Ich habe ihn mit einem Schaden. Ich bin so stark. Meine sehr schade ist mit einer Schaden. Eine Schaden-Schaden-Schaden. Eine Schaden-Schaden. Soll ich mich. Was ist... Oh, und... Und drange auf der Kuhl. Komm, schau dich in der Kuhl. Nein. Das ist nicht... Es ist einfach so verrückt. Wenn du dich krank bist, kannst du dich nicht sehen. Ich habe immer glückliches. Hört dich so schon gar nicht mal schlecht rum. Ich verlasse das Wohnheim. Boah. Hier kannst du ja... Das wird interessant, ey. und damit reden. Du bist! Du bist! Ich erf Express. Daごier dir. Jetzt hast du auf den Weg. Du bist, du bist. Ich versuche das... Ich versuche das. Es fuche natürlich, Ja, ich versuche das. Fuche das. Mal in die Öffnung. Aber du bist... Ich glaube, das war so, dass ich hier. Vielen Dank. Ich tiniere die verschiedenen Kampfstil optionale Räder mit dir brauchen. Boah, fuck. Na komm. Na komm, lass mal alleine. Okay. 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 Was soll nächst? Graub hier sein. Ach man. Haut aber irgendwas nicht hin, oder? Man verpist dich da mal. Ehh, Moment mal hier. Ah, Europa kommt nicht hin, ne? Oh ja da. Ah, komm mal, der Scheiß auf die Training, ey. Hey, heard from Captain Sean, you're heading out to the station. You're leaving now? Yep, already ready. Okay, I'm going to go through the Scheiß Training, ey, ey. Stop right there, we're conducting a search. You're looking for a piece of shit. Well, well, what do we have here? Well, Trash seems lost, don't it? You forget we don't want your kind around you, Trash. Get your sorry ass out of here. You're going to find yourself pleading for broken ass. I'm sorry. I didn't ask you to speak! Good eye! You fucking piece of shit! Why wouldn't one of you we have to stay? Oh, asshole! Waste of peace! Please! Waste of space! Am I right? A rogue is a rogue is a... Zack, right? You can dress him up! poor oldem. Nice job. Zachariah, we are leaving. Certain people are graduating for the rank of officer today. For peace, t-shirt-up. As well as to serve only contempt to one worthy of nothing more. That's good. And with that, we should be honored. Schau, Zack, wir sind nach dem Dome. Es wurde von den ersten Settlern gebaut, die Relik selbst. Und was ist da für uns? Ja, es sieht schon ganz schick aus, zwar nicht perfekt, aber man kann es. Man kann es zocken, ja. So, wir sind jetzt hier, oder? Nee. Komm her, halt da. Ah, da hin. Komm her, ja. F***. Komm her, ja. Ich habe es um. Echia. Gehto. Das ist ja fast so. Ach, geh doch mal da runter, verdammt. Ach, Mann. Nicht. Das ist so ähnlich wie Mad Max fast. Stopp, Alter. Wunderbar. Nur mit der Steuerung muss man hier ein bisschen klarkommen. Ach. Ich erstatte ihm das Licht. Wunderbar jetzt. Nichts. Star Boss. Gut. Gibt dich zum Hüleleinger. Ja. Ich würde erst mal sagen, machen wir erst mal Stopp. Machen auf jeden Fall in der nächsten Folge einen spitzigen Runde weiter. Also, haut da rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.